Wir gehen jetzt in unser Büro. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht fassen. Ich habe gedacht, wir sind Lehrer, aber wir sind irgendwie erfolgsloser Lehrer und so ein Zeug. Und jetzt haben wir irgendwie hier in so der Riesenstiftung, haben wir auf einmal so ein Riesenbüro anscheinend wahrscheinlich. Oder so ein Pupsbüro. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber das sieht eher nach Riesenbüro aus. Krass, ich habe gedacht, wir haben gar keinen Job, Mann. Also außer Spider-Man Sachen. Wie krass. Oh krass, guck mal. Entomologie, ganz unten. Dann Space. Dann Particle Accelerator. Ah, Teilchenbeschleuniger, ne? Agriculture. Energy. Okay, wir gehen jetzt zu der Energy. Meetingraum da vorne. Meeting. Alter, wie riesig ist diese Foundation, Leute? Das ist ja gigantisch. Ist das so unser Büro? Ne, das ist die Cafeteria. Das ist unser Büro. Da kann aber jeder auf unser Bildschirm gucken. Da ist gar kein Datenschutz hier. Datenschutz kennen die nicht, ne? Vielleicht muss ich Spider-Man Sachen machen. Hallo? Ja, krass. Zum Zocken gibt es da auch was. Und ein Bild. Oh, wie süß. Oh, wie traurig. Hi. Das ist alles unglaublich. Es ist perfekt, weißt du, aber es ist gerade ziemlich hektisch. Während meiner Behandlung musste ich daran denken, was ich mache, wenn ich überlebe. Und ich habe meine Mom gehört. Sie sagte, unser Planet ist in Schwierigkeiten. Und ich muss etwas dagegen tun. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen so Rollos runter. Wir könnten mit deiner Hilfe so viel mehr bewirken. Mit der Spider-Hilfe? Du bist der schlauere von uns beiden. Gut, dass er das sagt, dass wir schlaue sind, Leute. Ha, ha, ha. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Aber eine Sache. Kann ich meinen Tisch da hinstellen? Ich arbeite gern mit dem Gesicht zur Wand. Oh. Das muss sein. Da steht der falsche Name, nicht Peter. Nessie. Welcome Nessie. Ja, geil. Der Spider-Job. So viel wie du brauchst. Wir müssen nichts überstürzen. Das war jetzt süß, oder? Das war jetzt süß, oder? Ich vergaß zu erwähnen, dass einige unserer Forscher in der Stadt Feldversuche durchführen. Solltest sie dir mal ansehen. Ich habe dir die Standorte geschickt. Dein Ausweis gewährt dir dort Zugang. Level up! Level up, level up, level up, level up, level up! Sorry, dass ich mich nicht früher gemeldet habe, aber ich habe einen neuen Job. Wirklich? Das ist großartig. Wo denn? Bei dieser neuen Stiftung von meinem Kumpel. Emily Mae Foundation. Wee! Genki und ich haben die Abgasspuren ihrer Flugzeuge bis zu Williamsburg Bridge verfolgt. Ich treffe euch dort. Musst du nicht noch einen Aufsatz schreiben? Ja, aber die Pflicht ruft. Glaub mir, deine Zukunft ist jetzt am wichtigsten. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Viel Glück da draußen. krass leute und in diesem krassen gebäude ist einfach mein büro krass 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 ey wo sind wir hier denn überhaupt dass wir es auch wieder finden investieren hier unten da ok wie heißt der bezirk hier der screen which midtown china finanzviertel mit town hell's kitchen okay in greenwich ist die foundation krass wartet man doch auch jetzt so fertigkeits punkte wieder wir können doch uns wieder was holen das da können wir uns holen boom mega können wir uns hier noch irgendwas holen hier noch nicht hier können wir können zu holen haben wir sorry das da können wir holen das da können wir noch nicht holen anzugtechnologie schaden technikteile fehlen uns ok focus für uns fehlen hier überall technikteile auch ne echt jetzt auch nee hey ho was geht hat jemand von euch schon mal spiderman comic gelesen ich nicht tatsächlich ich habe nicht mal alle filme tatsächlich gesehen sorry oh mein gott guck mal wir haben noch was geholt gewährt ein schuss auf ein gratis geräteschuss ok immer so ein bisschen levelner level up level up gibt es noch sonst irgendwas missionen so glas noch mal kurz in missionen gucken was müssen wir denn jetzt hier machen die neuen bösewichte in china town oh mein gott jetzt müssen wir irgendwelche neuen bösewichte klar holen und klären oh mein gott feuer auf dem dach haben wir das gemacht ja haben wir gemacht okay verfügbar münzautomat gibt es hier irgendwas in williamsburg haben wir schon abgeschlossen die flamme wo warst du warte mal hat uns nicht die feuerwehr irgendwie gefragt ob wir irgendwas machen können und das ist doch hier direkt hier wir sind in williamsburg wir nutzen das geschenk ach so nee nee zu meist wollen wir nicht nein nee okay dann gehen wir jetzt erst mal zur flamme ja okay wir gehen jetzt schnell zur flamme das ist nämlich die feuerwehr hatte uns nämlich gerufen bis du noch bevor wir zu dieser foundation gegangen sind zu der stiftung hat die feuerwehr gemeint hilfe jetzt machen wir noch schnell weil das ist hier in der nähe na oh mein gott wer sind die was machen die zunächst mal ist es ein ableger von oscorp was uns gar nicht erzählt aber der mann in der chefetage harry oscorp hat keinen so schlechten ruf immerhin hat er eine echte korrifäe in sachen bienen eingestellt dr m young höchste instanz in sachen bienen sterben und kann auch noch echt krass ukulele spielen wie alle follower wissen also junge osborn ihre stiftung hat noch eine menge vor sich um das vermächtnis ihres partners wieder herzustellen aber sie haben einen ordentlichen start hingelegt vergesst nicht zum ersten eure miete zu zahlen oder behaltet aus protest einfach das geld ein wie ihr wollt ist später gerne was was mache ich was ist genau meine aufgabe Hilfe, Chief. Hilfe, den Chief. Okay, Chief. Na los, Kleiner. Mach's bei dir, die Stolz. Ja.